So und weiter geht's. Ach, da kamen wir her, ne? Ja, 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 da kamen wir her. Ist da noch irgendwas? Nee, ne, da war nichts mehr. Da war das Klo. Da war diese eine Zeichnung. Löffel. Klo. Hier geht's weiter noch. Oh. Guten Tag. Guten Tag, du hast ja eine hübsche Unterhose. Kranke Schwester. Kranke Schwester, bleibst du hier oben? Nee, die ist weg. Boah, ist da dunkel. Dunkel, dunkel, dunkel. Ah, da können wir rein. Da liegt noch was. But he seems like a bit of a playboy type. Marissa is trying to warn me about him. She told me there's something a bit off about him. I suppose she's right. It's nice to have someone worrying about you. I'm really happy with how things are going with Marissa. I don't want anything or any boy to come between us. P.S. Marissa, I heard your warning loud and clear. P.P.S. Thank you so much for the music box. It's the best birthday present I ever got. Okay, und ich frage mich so langsam, sind das Briefe, die die sich gegenseitig schreiben? Weil diese, ähm, diese Araya ist ja vermutlich im Krankenhaus, ne? Und, äh, ja, vielleicht schreiben die sich da Briefchen hin und her. Oh, ja, was war das? Oh. Okay, das sieht, äh... Zu. Zu. Dann müssen wir hier rüber. Und ich bin froh, dass es wenigstens ein bisschen hell ist. Ich mag keine dunklen Räume. Ich finde das unheimlich. Hey! Pfff! Oh, kranke Schwester. Kranke Schwester. Wo hat's was? Wo, wo, wo? Was willst du mir zeigen? Was willst du mir zeigen? Wo gibt's denn was? Nach. Ja, was ist das? Was haben wir da jetzt aufgenommen? Find and burn all of these seals. Und irgendwas stöhnt da rum. Und irgendwas stöhnt da rum. Irgendwas stöhnt hier. Das hört sich ja sehr, ähm... Ja. Schade, da kommen wir nicht weiter. Ah, cool. Da hat's noch ein drittes. Oh, ist das ein Sarg? Ja, krass. Oh, da ist die kranke Schwester wieder. Lass mich durch. Was ist das für ein Lagerraum? Warum haben die... Burn. Burn, Baby, burn. Ich drücke burn. Aber es geht nicht. Der hat da irgendeine Art Falle gemacht. Oder was ist das für ein Teil? Was ist das für eine Konstruktion? Wir haben jetzt erst vier, oder täusche ich mich? Klong. Nee, warte, da kamen wir hier. Okay. Dann müssen wir da hier weiter irgendwie. Da haben wir eins gefunden. Im stöhnenden Raum. Okay, dann gucken wir mal hier entlang. Palim, Palim, Palim. Palim, Palim. Da ist eins. Ich will da durch. Ich will da durch. Da hinten ist eins. Wie komme ich da rüber? Ach, hier. Okay. Okay, okay. Dann müssen wir... Hups. Hupsala. Hupsala. Und die stöhnt immer noch rum hier. Ja, und nun? Und nun? Wir haben das jetzt verbrannt. Und jetzt? Ups. Hupsala. Ähm. Okay. Okay, ich kann nichts machen. Hängt mein Spiel? Oder gehört das zum Spiel? Okay. Okay. All right. Catch the little girl. Oh ja, geil. Wir können wieder spielen. Ja, komm her. Ja, komm her. Na, komm. Sperrst du mich wieder ein? Sperrst du mich wieder ein, du kleines freches Ding? Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Komm her. Raschel, raschel. Raschel, raschel. Da geht nix. Da geht nix. Da geht nix. Da geht nix. Ich verstehe nicht wirklich. Ich... Das Symbol ist nicht verschlossen, aber es geht nix. 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 Zu. Lämpchen an. Zu. Und irgendwie erinnert mich das an... Come find me. Yes. Baby. Komm her. I see you. I saw you. I saw you. Search for the kid. Open the door. Ja, Mann. Jetzt mach mal nicht so einen Stress hier. Ja. 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 Schnauze. Schnauze. Oh, das macht mich irre, das Geräusch. Lass mal gut sein hier. Meine Güte. Ich komme da nicht rein. Ja, jetzt hör doch mal auf mit dem Geklopfe. Das macht mich ganz irre hier. Na komm. Türe auf. Türe auf. Ich sehe nix. Ich sehe nix. Und das erinnert mich so an Silent Hill gerade. Ups, was bist du? Eine Jacke. Möp. Toll. Das hat sie ja gebracht. Das hat sie ja mal gebracht hier. Zu. Türchen auf. Komm. Türchen auf. So, wo hat es jetzt hier den Schlüssel? An old stuff teddy bear, it looks like someone played with him a lot. Da. Geil. Wir haben einen Schlüssel. So. Das war, das war, Moment. Das war oben. Oben. Oben war die Türe. Irgendwo. Da nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Die geht irgendwie komischerweise nicht auf. Hm. Falsche Richtung. So, warte mal. Irgendwo muss doch diese Türe. Wo war diese Türe? Wo ging diese Türe auf? War das die hier? Ja, Geilo. Was liegt hier? Ähm. Ich habe keine Ahnung. Oh, cool. A gear seems to be missing. Wir haben das doch. Oh. Ach, du meine Fresse. Ich sehe nichts. Puh, na Gott sei Dank sind wir aus diesem komischen Puppenhorror-Kabinett, was auch immer, entkommen. Aber, wie ihr seht, der Spaß geht weiter, jedoch in der nächsten Folge. Ja, bis dann, ciao!